Hallo, ich bin euer Kreuzfahrt-Urlauber Fabian. Gemeinsam mit meinschiffberater.com bringen wir dich an Bord. Und damit viele Grüße von der MS Amadea von Phoenix Reisen, auf der ich auf einer 18-tägigen Reise unterwegs bin und euch viele Videos mitbringe auf diesem Kanal. Das nur als kleiner Hinweis am Rande. In diesem Video soll es um meine Außenkabine gehen. Kabine 659 der Kategorie M, die ich euch gerne in diesem Video einmal genauer vorstellen möchte. Etwa 17 Quadratmeter hat diese Kabine zu bieten und es gibt ja eine Besonderheit auf der Amadea. Und zwar hat dieses Schiff für Gäste nur Außenkabinen oder natürlich Balkon, Kabinen und Suiten, aber keine Innenkabinen. Also alle Gäste hier an Bord haben ein Fenster, das ist natürlich wunderbar. Und die Kabinen wurden auch umfangreich renoviert und das möchte ich euch alles gerne im Detail zeigen. Viel Spaß! Beginnen wir den Rundgang direkt einmal im Eingangsbereich. Wenn man hier hineinkommt in die Kabine, dann sieht man direkt den Blick hier auf den Wohn- und Schlafbereich. 15 bis 18 Quadratmeter sind die Kabinen groß und das Erscheinungsbild hier direkt relativ modern und auf jeden Fall schön modernisiert. Wenn wir reinkommen, sehen wir hier eine große Schrankwand und auf der anderen Seite einen großen Schreibtisch. Fangen wir mal mit den Schränken an. Das ist ja immer besonders interessant. Was passt rein? Wie viel Platz bietet sich hier? Und die Aufteilung, die finde ich hier wirklich bemerkenswert positiv. Zum einen, hier sind kleine Bügel zum Aufhängen von langer Kleidung und Bademäntel befinden sich hier natürlich auch. Auf der anderen Seite eine Menge Regale zum Unterbringen von Kleidung. Dort unten auch nochmal zwei Schubladenelemente und oben die Rettungswesten, die natürlich nicht fehlen sollten. Wenn wir dann weiter schauen auf dieser Seite, dann sehen wir hier nochmal eine weitere Möglichkeit zum Aufhängen. Und ganz interessant, wenn man so viel Platz gar nicht benötigt zum Aufhängen von langer Kleidung, kann man das Ganze auch ausklappen und hat dann weitere Ablageflächen. Das ist wirklich raffiniert und habe ich so bisher auch tatsächlich nur bei Phoenix gesehen. Oben befinden sich dann Poolhandtücher und warme Decken. Wenn es mal etwas kälter werden sollte draußen, dann kann man sich die mitnehmen. Ein Tresor ist hier und nochmal zwei weitere Schubladen. Außerordentlich viel Platz für zwei Personen hier in dieser Kabine sollte das, denke ich mal, ausreichen. Hier ein großer Spiegel. Genau, der ist hier und auch gegenüber befindet sich dann ein weiterer Spiegel. Der ist auch bemerkenswert groß, wie ich finde. Genauso wie der Schreibtisch. Hier kann man gut sitzen. Vielleicht ein paar Reisetagebücher schreiben, Notizen oder Postkarten verfassen. Das bietet sich hier auf jeden Fall sehr gut an. Das Ganze kann man auch schön ausleuchten, wenn man das möchte. Dann wird es hier auch hell, sodass man sich hier auch gut fertig machen kann. An Telefon befindet sich hier. Getränke, also Wasserflaschen sind hier, dazu passende Gläser. Alles hier vorhanden und Snacks, darüber hinaus gibt es noch eine Minibar, die befindet sich hier unten. Der Kühlschrank ist wirklich bemerkenswert groß, da kann man also auch vielleicht noch ein bisschen Wasser kühlen, wenn man das möchte. Dann befindet sich hier diese ganzen Informationsbroschüren natürlich zur Anreise. Das Kabinenfrühstück, das man hier bestellen kann, können wir mal kurz reinschauen, was es dort gibt. Also eine schöne Auswahl, sodass man hier auch ganz entspannt auf der Kabine frühstücken kann. Wählt man einfach die gewünschte Servicezeit aus und dann wird das Ganze gebracht. Das Tagesprogramm natürlich mit dabei und der Kabinenservice, wo wir schon dabei sind. Von 10 bis 24 Uhr gibt es Hamburger, Cheeseburger, Hotdog und drei verschiedene Pizzen und Getränke. Die gilt es dann zu bezahlen. Ja, aber das ist also auch möglich hier auf der Kabine einzunehmen und zu genießen. Dann haben wir hier noch Schubladen, drei Stück an der Zahl, relativ geräumig. Die mache ich jetzt nicht alle auf, weil vermutlich alle identisch sind. Und hier gibt es noch weitere Ablageflächen. Auf dieser Seite hier befindet sich der Haartrockner und darunter noch zwei kleine Elemente hoch. Jetzt gehe ich mal rückwärts ins Bad ein, um euch hier diesen Bereich noch zu zeigen. Und zwar gibt es hier eine Menge kleiner Haken. Also Jacken kann man hier genügend mitbringen. Genauso wie zwei Regenschirme. Der Koffer gehört mir und natürlich nicht zur Einrichtung hier der MS Amadea. Dann haben wir hier noch ein weiteres Element, um kleinere Dinge unterzubringen. Die Audiogeräte für die Ausschlüge gibt es hier natürlich auch. Und dann gehen wir mal durch zum Schlafbereich. Und zwar sehen wir hier zwei Betten oder gerade noch in der Konstellation zwei Sofas, die dann eben abends zu einem Bett umgebaut werden. Von der Konstellation eben auseinanderstehend. Ich weiß nicht, ob man die, weil ich gerade auch erst angereist bin, ob man die zusammenstellen kann. Wenn dem so ist, dann schreibe ich es hier als Kommentar rein. Also wenn sich die Betten zusammenstellen lassen, dann wird es eingeblendet. Und ansonsten ist es eben so, dass die Betten in dieser Konstellation, in dieser Kabine dann getrennt voneinander stehen. Wenn wir dann durchgehen, sehen wir hier dieses Fenster. Das lässt sich bei einer Außenkabine natürlich nicht öffnen. Dennoch hat man einen schönen Blick nach draußen. Ja, schön relativ sauber. Kann man gut durchgucken. So ist es ideal. Und dann gibt es hier nochmal weitere kleine Möbel, in denen man auch noch eine Kleinigkeit unterbringen kann. Eine Fernbedienung für das Fernsehgerät auf dieser Seite. Leselampen befinden sich hier und zwei Steckdosen auf beiden Seiten. Jetzt sind das aber keine europäischen Steckdosen. Da muss ich mal noch in Erfahrung bringen, ob man da noch weitere Adapter für bekommt. Denn da vorne an der Steckdose befindet sich einer. Mir persönlich wäre eine Steckdose jetzt zu wenig. Das werde ich also nochmal in Erfahrung bringen. Zu Beginn gibt es dann diese Phoenix-Rucksäcke oder Phoenix-Taschen, die natürlich für Ausflüge auch sehr praktisch sind. Obst zur Begrüßung auch vorhanden. Ja, also wenn wir von hier nochmal reinschauen in die Kabine, wirkt es ja auf jeden Fall großzügig. Für eine Außenkabine, da habe ich schon kleinere gesehen. Hier kann man sich definitiv wohlfühlen. So, was haben wir noch? Hier einmal die Einstellung der Klimaanlage. Da verwundert mich gerade, dass die jetzt auf 12 steht. Ich bin ja auch gerade erst angekommen. Ah, hier kann man die verstellen. Ja, also da muss ich mal gucken. Also hier sind definitiv gerade mehr als 12 Grad drin. Das werde ich nochmal in Erfahrung bringen, wie das funktioniert. Und wenn wir dann hier mal reinschauen, dann haben wir hier das Bad. Und auch das ist schön modernisiert. Genauso von der Gestaltung, wie ich es letztens auf der Atania gesehen hatte. Es gibt einen großen Waschtisch hier, darunter nochmal einiges an Ablagefläche. Und was mir gut gefällt, wenn man hier steht. Da habt ihr dann dreimal den Fabian. Also wenn ihr hier steht, habt ihr viele Möglichkeiten, euch zu sehen. Hier gibt es nochmal eine weitere Steckdose für Rasierer zum Beispiel. Und ja, Spuckbeutel, die braucht man natürlich hoffentlich nicht auf dieser Reise. Handtücher befinden sich hier. Und dann nochmal der Blick in, ich mache die Tür mal zu, in die große Dusche. Die ist wirklich auffällig, geräumig und eben auch mit einer großen Glasfront. Das gefällt mir gut. Und besonders bei einem älteren Schiff natürlich nicht. Selbstverständlich Pflegeprodukte hier in der Dusche von Richels. Also auch hier mit hochwertigen Produkten das Ganze. Das war die Kabine soweit. Der Rundgang und ja, wirklich schön geworden. Das war meine Außenkabine 659 hier an Bord der MS Amaldea. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es wurde ja durchaus einiges gemacht. Vor allem, wenn man Bilder sieht, wie das Ganze vor einigen Jahren vor der Renovierung noch aussah. Da muss man wirklich sagen, hier ist richtig was passiert. Mit dem Nachteil natürlich, dass das Bett hier getrennt vor dem Fenster steht. Ja, ansonsten schaut gerne mal auf meinem Kanal vorbei. Denn ich berichte natürlich ausführlich von dieser besonderen Kreuzfahrt mit einem Rundgang, einem Fazit und natürlich auch den Vlogs von der Reise. Abonniert gerne den Kanal Kreuzfahrt-Urlauber Fabian und gebt einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Ja, vielen Dank und bis ganz bald. Euer Kreuzfahrt-Urlauber Fabian.